Der Stack beträgt nicht mehr 250. Naja, hab ich auch schon gesehen, es geht über über 500 jetzt. Hast du mir meine Robstead genommen? Eine schwarze Linse. Wollen wir das Haus aus Stein bauen? Aus Stein? Ja. Okay. Reiß mal Holz ab. Ja, natürlich! Ja, dachte ich mir auch gerade. Wo hängt das jetzt ran? Mir hängt am Nichts, warum nicht? So lassen wir diese Einrichtung von ihm. Kann er ein bisschen rumklettern. Ja ne, ist klar. Wie hoch konnten die jetzt springen? Ich habe ein kleines Problem direkt unter mir. Ich habe eine Fessel gefunden. Direkt benutzen. Du kannst jetzt auch mehr Zusätze benutzen, habe ich gerade gesehen. Ja. Geh doch mal den Wasser zu mir da draußen. Der nervt gerade ein bisschen. Ja. Hallo. Das Molotone gegen die Tür hauern, ist echt nicht schön. Unter von meinem Grundstück. Du kannst die Robes wieder abbauen. Robesk. Robeskillsnake. Liquid! Besonders Robeskillsnake. Ja. So, dann... Du hast ja Holz, stell dir mal ein paar Fackeln her. 15 Fackeln. Wo? Da hat es wahrscheinlich nicht mehr so viel Holz, oder? Doch. Ich muss aber noch einen Tisch und Stühle bauen. Ohne... In der Tür machen wir auch Stein da oben. Nicht Stein, Metall. Mach ich doch. Steintür? Hab ich doch gesagt. Stimmt, habe ich nie gehört. Hinterleid. Gibt es auch Steintische und Steinstühle? Vielleicht. Dann würde ich aber lieber auf Holz setzen. Feinste? Muss noch ein bisschen heller werden, oder? Ne, gar nicht. Sollte so weichen. Komm Steint rein. War doch schon drin. Oh. So. Oh. Lass ihn kommen. Ihhh. Was hast du denn für ne Rüstung? Holz. Und einen Tungstenhelm. Hast du noch Steine, oder so? Ja, wieso? Könnt man ja da oben so ne Treppe hinbauen. Könnt man ja da oben so ne Treppe hinbauen. Damit man da so hoch fährt dann kann. Hä? Oh Mensch. Was meinst du von außen? Hier so ne Treppe hoch. Ja. Könnt man doch mal. Hier. Oh, eine. Tin. Und. Tin. Und noch ein Tin. Der Tin ist zwar das günstigste hier, aber... Naja. Oder Leadbar? Ne, Leadbar ist das günstigste, glaub ich. Das scheint normal Eisen zu sein. Ja. Was machst du jetzt? Tja. Machst du. So. Was sollst du hier machen? Gar nichts. Da haben wir doch vorhin nur ein paar Steine abgebaut. Achso. Machen wir halt wieder zu. Zehn Eisenketten. Warum nicht? Vielleicht kann ich damit ja irgendwas besonderes tun. Hast du eigentlich so ne... So ne Kalle bekommen? Was, äh... Was macht... Was? So nen Haken bekommen? Was für nen Haken? Ja, für Greifhaken. Also... Nö. Ähm. Hast du einen oder was? Nein. Aber ich hab ihn gesehen, gehabt. Deswegen... Hab ich nicht gesammelt. Oder? Warte mal. Ne. Äh... Hast du... Äh... Was macht dein, äh... Rüstung für Rüstwerte? Äh... Leed ist doch besser. Ja. Leed Equipment ist nämlich besser. Was macht dein, äh... Schwert? Was hast du für ein Schwert? Thin Broad Sword. Mit... Neun Nachkampfschaden. Wuuuuh. Leed Schwert. Mit elf Schaden. Wusch. Warte mal. Warte mal stehen. Ohne Pickaxe. So, dann haben wir jetzt erstmal hier Lead Pickaxe. Dann kommen wir ein bisschen schneller durch. Ich. Genau. Auch wenn... Es nicht viel sein wird, aber ein bisschen was. Was war das denn? Schmeißt du mich wieder mit allen Scheiß, den du nicht brauchst? Genau. Ich bin doch sichtbar. Noch. Ich hab den doch getrunken. So, wahrscheinlich deswegen. Du hast keinen Kopf mehr. Oh nein. Hä? Jetzt bist du ganz weg. Hä? Hä? Na gut, dann hier. Oh, ist der dein Weiser? Hä? I'm the walking dead, bitch. Hä? Hä? Aber cooler kommt das der. Oh mein Gott, ein Geist. Hä? 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 Ist der schon Halloween? Hä? Ist das auch cool, wenn du im Brustkorb rumläufst? Hä? 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 der kopflose reiter nein warum lag im lagerfeuer eine kupfermünze weil da gerade zombies gestorben sind konnte man halt nicht sehen ja lass mal was grillen feuergrillen lecker ich fühl mich toll jetzt bringt er uns nicht mal ganz dran ja klar ja warte ich bin nicht so schnell ich will auch hämischstiefel haben ich will geisterstiefel haben geisterstiefel aber erst mal goldfisch oder da oben sammelt sich ein ich hab wichtig was zu tun ok dann sammle ich dein ich hab Flaschen gefunden Flaschen du bist ne Flasche oh da hab ich auch gefunden hast dich selbst gefunden cool ich hab Schneegebiet gefunden guck mal auf die Karte wo ich bin das Schneegebiet dein Standort sehe ich gar nicht auf meiner Karte doch wenn du weiter nach links gehst kannst du meinen Kopf sehen ach so jo da wo ich gerade bin ist Schneegebiet ich finde das lustig du kannst Eis abbauen und dir daraus ein Haus bauen ich will mitkommen ja ich will auch Weihnachtsfeier mal frei noch feiern Eisgemitchen voll los Au Eisschleim Eisschleim ja auf Eis jo wer hätte es erwartet rutscht du sogar hohoho ganz neu ist das der Weihnachtsmann hohoho die lassen sich ja was ganz neues einfallen ja Fynn ist eingetroffen da haben wir ihn doch das wird der Verkäufer sein was naja ohne Schneid ja ist ja auch Schneegebiet ja zufälligerweise schneit es ja immer cool heiß zapfen ey ein Eisdungeon hab ich doch mal oder Eisdungeon na lass mal gucken wo bist du denn? die Schönheit guck auf die Karte ja Eisdungeon gefunden warte ah hier ist cool hier wie ich wohne oh ja ich habe das Licht ausgemacht und werde in Schleims angepasst warum habe ich eigentlich schon Mana? hier hat man scheinbar mittlerweile von Anfang an Mana ja wo bist du eigentlich? ich grabe mich ein bisschen anders rum ein Herz oh das war ein Lieb von dir das war ein Lieb von dir dass du mir ein Herz findest ja würde ich auch behaupten wenn ich jetzt nicht einfach einsetzen würde hoppla du hast kein Herz doch grad gefunden ein eigenes habe ich nicht ne ham 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 lecker lecker ich hab 10 gefunden schon da unten in der Höhle leuchtet jetzt warum das Eisgebiet ist schön die Fledermaus leuchtet aber warum die Fledermaus hat ne Glühweine gefressen das leuchtet hier auf dem Marsch alles abbauen alles abbauen alles abbauen alles abbauen Eis 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 Au was ist das denn? irgendeine Eispflanze die auf mich schießt ok und mir hinterher springt das ist ein super Eisschleim ein Spile Eisschleim der schießt auf dich nice der hüpft dir nach und rammt dich und schießt gleichzeitig Eisschleim auf mich was ist das denn? schnell hoppla das sieht ja aus ja ich hab ein Haus gefunden oh hier kann Eis sein wenn du zu drauf springst also wenn Eis auf dem Wasser ist dann geht's kaputt ok cool ein Flaschblock was ist das denn? Flasch Eis da ist ne Eiskiste ne Goldkiste und ne Eiskiste cool ich will auch ne Höhle finden aber ich grab mich irgendwie hier durch ich bin irgendwie falsch ich hab schon wieder Hermes Stiefel vergib mir die mir vergib mir die mir? ja ja was haben wir denn hier? eine Schneeballkanone oh verdächtig aussehendes Auge Eiskir oh wie geil ist das denn Eisfackel nice die sind hellblau am Leuchten die heb ich wie die Bude auf ja was ist das denn für ein Zombie der hat nen Spike aufm Kopf undead Viking und toter Wikinger fuck man natürlichste die im Eisgebiet so ich komm jetzt auch runter hoff ich irgendwie mhm 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 so so die Schneeballkanone das ist doch cool Platinum wir können das Auge jetzt beschwören oh cool Hülsand Schutrank Ah, das ist geil. Zeigt Fundort von Schätzen und so was in der Höhle. Und ich habe so viele Leute gefunden. Vor mir leuchtet es rot. Sehr bedrohlich. Ich glaube, ich gucke mir das mal an. Klar. Unter mir ist noch eine Höhle. Da hängt sogar ein Bild drin. Zwei Höhlen direkt nebeneinander. Das ist ja nicht ein Zufall. Und tot der Wikinger. Wie los, ne? Die sehen doch geil aus, ne? Ich brauche deine Hilfe. Moment. Das dauert ein bisschen, bis ich bei dir bin. Ich muss gegen Wikinger kämpfen, Fledermäuse. Sieht aus wie die sieben Zwerge, ey. Ich habe noch mehr Platinen gefunden. Oh, da ist... Lead Glow. Da ist noch ne Eiskiste. Da ist noch ne Eiskiste. Ich bin gleich bei dir, wenn ich die Lead abgebaut habe. Ich habe auf dem ganzen Weg aufs Herz geschissen. Ich habe jetzt nur das Platinen abgebaut. Okay. Weißt du warum? Was denn? Ich sage, weißt du warum? Du antwortest mit was denn? Ja. Warum nicht? Ah! Ein Heißhaus. Wo bist denn du? Da bist du. Ich bin gleich bei dir. Irgendwann. Ich zieh dich. Oh. Was ist das für ein Bild? Weiß ich nicht. Das nehmen wir mit. Ja. Hier, kannst du haben. Was? Yeah, fuck man. Hier noch ein verdächtig aussehendes Auge. Und hier, guck mal. Warte. Oh, verdammt. What the fuck ist alles hier drin, ey? Oh, warte. Nein, ich hab... Geh mal kurz raus. Das ist mein Story, mein Inventar. Ich habe außerdem mein Inventar in diese Truhe gepackt. Ich wollte eigentlich das machen. Oh. Oh Gott. Sag ich mal, was da drin ist. Da unten sind Wikinger und Schneebälle. Und sowas. Kämpfende Schneebälle. Was brauche ich denn alles hiervon noch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dreckblöcke auch. Das kann hier bleiben eigentlich. Hier. Guck dir das mal an. Eis fucking cool. Lass mich wieder an die Kiste. Hast du immer noch mein Zeug drin. Ja, bitte. Geh doch. Ja, mach doch. Filze! Ja, du hast ja sowieso schon ein paar Eisblöcke. Kannst du auch die tragen. Ja. Liebend gern. Kannst auch Slush haben. Slush. Ja. Kannst auch Holz haben. Oh, die vier Stück Gold. Ja, das kannst du auch. Ja, meine. Ja, hab ich dir doch auch gegeben. Ich will lieber, hier kannst du die blauen Blöcke im Haus platzieren. Äh, die blauen Truhen. Ja, sieht cool aus bisher. Wir hatten damals immer nur die normalen. Die Golde. Das ist ja lame. Und die Dämonen. Ja gut, Dämonen. Das hatten schon was. Oh, das sind die falschen Seide. Wo sind denn meine anderen da? Warte. Hast du noch solche Bodenbretter? Solche Holzbodenbretter? Bretter, die sind dünn? Eins hab ich noch. Und Holz hab ich. Ja gut, dann... Nee, warte. Dann mach was anders. Wollte mir mal den Weg. Hau mal die Gläder mal. Dankeschön. Na, ne gehst du. Oh, hier, guck mal. Kannst auch meine Hand. Ja! Oh, hier. Dann trink ich sofort. Da braucht man... Da braucht man da als Munition denn für. Was weiß ich? Schnee vielleicht? Trink mal den Schatz dran. Der sieht voll cool aus. Wie die ganze Umgebung am Leuchten ist, weil du alles siehst. Wenn ich schieße, leuchtet's. So siehst du die Schatzka... Äh, Schatztrumen. Cool. Ich hab so'n Gravitationstrank getrunken, Vögel. Lass uns ja hier gleich hier links zu suchen. Was? Ähm... Inseln. Himmelsinseln. Hast du... Haben wir noch solche Gravitationstränke? Nee... Ich... Ich meinte einen anderen Trank. Ach so. Ich hab so einen Federtrank mal nicht getrunken. Ach so. Verbraucht das Schwert eigentlich Mana? Ja... Ja... Aber so wenig... Die fühlt sich direkt wieder auf. Was bist du denn? Snowflinks. Wie der durch die Gegend fliegt, wenn du ihn pflanscht. Das Schwert ist das beste Schwert, das es gibt. Hast du die Snowball-Kanone? Kannst du die eigentlich benutzen? Nee... Ja, ich weiß nicht, was ich damit für... ...und ich so benutze. Muss man wahrscheinlich schnell... Ich hab genug Schnee. Aber die muss man wahrscheinlich irgendwie nicht bearbeiten oder so. Halt dich mal. Hast du gesehen, wie ich das Ding halt aus dem Himmel geschossen hab? Ich such lieber Kisten. Na gut. Oder hier, guck... Da ist ne Kiste! Da, das sind die... ...diese Dreckslecker, die auf uns schießen. Ich konnte nix machen. Wo dir da unten die Kiste noch? Da im Wasser ist noch einer. Ja. Und nimm einen Grabstein mit, der sieht toll aus. Oh, ich hab... ...Flurry Boots bekommen. Was sind das denn für Boots? Das sind die blauen Stiefel. Oh, und Denamier hab ich auch bekommen. Finn. Finn verkauft jetzt auch Robes. Okay. Hoch, 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 hoch. Oh, fuck, Alter. Beinahm... Abgesoffeln, ey. Weil Eis da oben war noch. Heilt reinknallt. Jetzt kann ich auch Eispfeile herstellen. Also Frostburn Arrows. Was ist das denn? Was ist das denn? Stern im Glas. Direkt mal platziert. Ach, verdammt. Mein Stern im Glas, geh weg. Was ist das denn da rum? Das reicht. Steht doch gar platziert werden. Warum? Ach, an der Decke. Jetzt hängt ein Stern im Glas von der Decke. Cool. Warte, ich stehe nur bei mir. Kann ich den mit nem Rope verlängern? Ist das eine Spinne? Ein Creeper ist das. Was? Eine Wand Creeper. Eine Wall Creeper. Aha. Was ist das? Ich dekoriere. Mit Stern. Das ist geil. Oh geil. Definitiv gut das hier anzufangenes Game. Ja. Nach der Playstation wäre es mir ein bisschen lieber gewesen, aber... Na egal. Wer weiß, wenn da der Patch kommt, ja. Mhm. Wie gut ist mal Eis schwert eigentlich? 13 Nahkampfschaden. Und wie... ist... äh... Platinum macht... äh... 15. Aber... Dafür schießt es keine Laser. Laser. Wir können eigentlich schon wieder ein Haus bauen. Ich hatte schon Dynamit, das heißt der... äh... Explosionsspaten würde... Boah, Alter. Wie hält die Spinne aus. Gut, dass du mir zuhörst. Ja. Was denn? Ich sagte, wir können direkt das nächste Zimmer dran bauen. Der... Explosionsspaten-Typ, der... müsste jetzt aufkommen, weil ich ja schon mal Dynamit hatte. Ja. Ich hab die fromme Snowball kennen, wenn ich doch wüsste, was sie verschießen muss. Komm rein. Guck dir mal die Sterne im Glas an. Ein Bunny-Banner? Was ist das denn? Kompliziert wird. Jetzt ist es aus dem Hase rausgekommen. Das Auge hat einen Hasen gekillt und da raus kam das. What the fuck? Jetzt hängt ja unten das tolle Bild von Mechanikerinnen und diesem komischen Gnom. Ja. Wir haben Bunny-Banner, wir haben hängende Sterne. Gläser. Ich kann Laser verschießen. Alter Schwede, da haben wir doch viel Freude dran, glaub ich. Verpiss dich. Brauch keine Freunde. So... So...